Der Teich liegt am Eingang zum Schlosspark. Wir sind in Rauscholzhausen, etwa 15 km südöstlich von Marburg. Da oben liegt das Schloss. Da gehen wir später noch hin. Zunächst schlendern wir durch den Park. Das Areal ist 32 Hektar groß. Zwei Bäche fließen durch den Park, bilden kleine Wasserfälle und Teiche. Unzählige exotische Bäume können entdeckt und bestaunt werden. Wir nähen uns dem Schloss. Zu Fuß ist das etwas anstrengender als mit der Drohne. Das Schloss ist heute Tagungsstätte der Universität Gießen und Hotel. Das Schloss ist heute Tagungsstätte. Von hier oben hat man einen tollen Blick auf den Park und das Dorf Rauscholzhausen. Wir machen uns auf den Weg hinunter zum Teich und zum Ausgang. Ein Besuch und ein Spaziergang in dem wunderschönen Schlosspark von Rauscholzhausen lohnt sich unbedingt. Ein letzter Blick auf das Schloss. Ich werde bald wieder kommen. 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 Ich werde bald wieder kommen.